Diese Fotos zeigen Sie an 71 Orten seit dem 13. November 2015. Alles hat begonnen, als er geprobt hat im alten Keller. Er wird heute Nacht zuschlagen. Wir kannten uns von Tartini, André, Phobos und Deinem, Söhne eines Vaters der Gewalt. Wissen Sie, was er vorhat? Wir sollten uns endlich auch mal Vorhänge anschaffen. Gestern ist ein Flüchtlingsheim abgefackelt worden in Chemnitz. Ich mache einen stinknormalen Job. Ich habe mit Eva gesprochen. Es gibt keinen Tartini. Gibt es einen Moment in Ihrem Leben, da Ihr Körper kurz erstarrt ist? Der Terror verändert nicht mein Leben. Das wäre mal ein guter Satz. Der Terror verändert nicht mein Leben. Je schlimmer die Zeit, desto größer die Feuerwerte. Erst, seit wir sagen, hier ist deine Heimat. In der wir ohne Sorgen, in der wir vor die Türe und nicht bei jedem Schritte denken. Es ist ein kultureller Austausch. Liebe Freunde, erst dann! Gehört, Perché, denn die heaven. Untertitelung des ZDF, 2020